Hallo Leute, wir sind hier in der Nähe vom Fing des Kranichstammes. Einfach hier hochreiten, geht einfach vom Aral oder von hier oben, von der Onyx-Turm, einfach hier runterreiten, hier hintergehen, drüber springen, hier sind die Buggys irgendwie. Hier befindet sich unser 23. Lilith-Schrein. Einfach hingehen, die zwei Punkte kassieren und dann fahren wir weiter. Viel Spaß!